So, jetzt zeigt es auch gar nicht an, wie viel Speicherplatz noch ist. Und das bedeutet, dass viel Speicherplatz noch ist. Ja, ähm, das erste Video haben wir dieses Blatt gefunden, ne? So, und jetzt, ich habe schon weiter gemacht. Hier ist das Blatt, das lege ich, das lege ich hier hin. Und wir haben noch eine Blume gefunden, das ist eine Haargummi-Blume. Wir haben noch ein Blatt gefunden, hier, meine zwei Blätter. Wir haben einen Amethyst gefunden, ne? Der ist lila, der ist so galaxy-mäßig. Und wir haben noch eine Blume gefunden, ne? So eine kleine. Ähm, ja. So, die ist auch so lila. Und, ähm, wir machen jetzt weiter. Ähm, den hat übrigens mein Bruder gemacht. Ähm, ja. Ich lege mal alle meine Dinger hier rein. Die sind übrigens hier in der Schale drin. Ich habe das rausgemacht und ich mache jetzt von hinten an. Es ist einfacher. Man sieht sie aber trotzdem nicht. Ich habe trotzdem eine Suche, aber man ist halt näher nicht dran. Seht ihr, wo ich bin? Ja. Aber ich nehme es trotzdem ein bisschen weiter nach vorne. Hier. Ähm, warte, ich nehme euch mal ein bisschen weiter runter. Hier. Das, wo klitzert sind kleine Schmetterlinge, aber die braucht man nicht. Ähm, ich habe jetzt hier nochmal rein. Sehr gerne. Ich habe euch alles in den Regen. Da darf ich nur mit Erdung. Ja. Gut. So. Bisher sehe ich nichts. So, jetzt ist der Traum. Ja. Möchtest du fertig mit Froschweißer essen? So. So. Ja, ich liebe Hasen. Ich hab recht, dass ich diese Lübe dazu bekomme. Hier, ich seh das. Ja, ne? Das nicht mehr. Das ist ein Hasen. 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 So. Ich seh bisher nix. Wir können jetzt noch mal den... Wie bei den Menschen auch, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Riesen. Ja, das heißt, dass sonst eine Führung sein würde. Aber wo die Bibel, in der Bibel steht, wo die ersten Menschen waren, haben auch Brüder und Schwestern geklaut. Das wurde nicht schon mal gemacht. Ja. Früher war es ja nur, wo es nur ganz wenige Menschen auf der Erde gab, weil es gar nicht anders gab, um sich zu vermehrten. Ja. 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 Ich nehme jetzt deine Vorspeise an deinen Mund. Weil wir sind schon dann bei der Hauptspeise. Nein, Mama. Hier Paprika. Ich nehme keinen Fisch. Ja. Nur probieren und dann gibt's Spätzle. Der Tri hat gesagt, es schmeckt gut. Ich will aber nicht. Mama. 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 Ja. Wo sind meine Chips? Diese Gewürzchips? Ich habe sie in den Kühlschrank gestellt. Die brauchen mich zum Kühlschrank. Weil die brauche ich nicht so. Eine Chipsies. Alles Arterie muss machen. Ne, ne. Das gibt erst die Hauptspeise. Ja, aber ich kann die ja jetzt schon vorbereiten. Ja, das kann ich so machen. Käse. Warte, wo ist Käse? Der große Stück. Kannst du das Käse ganz oben holen? Weil das ist dieses Reibekäse. Das ist der Käse hier. Das ist Käse. Nee, das ist Schupfnugeln. Dann mach ich das selber auch nicht. Ich guck hier noch mal. Das haben wir hier. Konja, kannst du noch mal im Video mein Gericht zeigen? Das können wir dann nachher filmen. Wir essen jetzt gleich die Hauptspeise der Kinder. Ja. Konja, was machst du überhaupt? Aufnehmen. Aufnehmen. Weil ich doch... Also, ich finde nichts mehr. Ich denke, das war alles. Wir können auch mal hier schauen. Hier ist doch bestimmt noch was. Nein, schau mal. Da hab ich doch schon überall geguckt. Nein, vielleicht da unten drunter. Ah, das war unten. Und oben ist nichts. Da muss man schon kramen. Atrio. So, das Essen ist dann fertig. Kommt ihr dann? Ja, Mama. Es ist noch heiß. Ihr könnt noch 5-10 Minuten warten. Wir können hier nochmal zerbrechen. Hier ist auch nix drin, Leute. Hier ist auch nix drin, Leute. Auch nix. Warte. Wir können hier nochmal... Ach so, das ist ja gar kein Stück Käse. Jedes Mal. Hast du diese Reiber, die sind bescheiden da? Hier? Ja, genau so. So, das ist auch hier. Nee, du treibst dir so in die Finger. Nee, du treibst dir so in die Finger. Ich reib dir den Käse. Guck so. So, muss immer ein dickes Stück nehmen. Ich dachte, das wäre ein ganzes Stück Käse. Aber ich habe ja die Scheiben geholt. Stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber mit einem ganzen Stück wäre es einfach. Weil ich mach meine Becken und Käse. Hier? Das kannst du nicht. Oh, hier haben wir doch nichts. Das ist ja Rümmel. Das muss halt geschmolzen werden. Das im Backofen, da macht man das. Ja, aber das muss halt... Nein, ich dachte, das ist hier mit dieser Pfanne so. Oder mit der Pfanne, ja. Das geht, die eine Platte geht nicht. Doch, hier war noch was drinnen. Wir haben noch ein, ähm... Ich wusste es. Ich wusste es. Guck mal, weißt du es? Du wusstest es? Ja, das weißt du es. Und wir haben ein Schmetterling. Etwas neues. Meine Hände sind sehr schmutzig. Wie das Schmetterling. Ich weiß den Schmetterling. Dann brauchst du dann ein bisschen Öl. Aber das machst du dann nach dem Hauptgang weiter. Weil mein Tuch ist nass. Weil wir essen jetzt. Und hier... Okay. So... Den Schmetterling. Dann hast du dann auch die Platten frei. Dann hast du die frei. Und der hängt sich immer so rum. Wollt ihr, ich muss die Dinge jetzt verquetschen? Ähm, hier ist übrigens... Die drei Blätter. Das finde ich hier, das ist das gleiche Blatt. Drei. Eins. Zwei. So, komm. Du kannst dann essen? Ja, Mama. Okay. Drei Blätter. Ähm, ein... Amethyst, wie schon gesagt. Und, ähm, ja. Eine Haarhungieblume. Da brauchst du ein bisschen Öl. Und eine ganz normale Blume. Das machst du erst nach dem Essen. Ja. Schauen wir hier noch mal. Das sieht voll lecker aus, oder? Ja. Boah, das ist wirklich cool. Das sind richtig cool. Kann ich dann das da, wo ich gerade warfe, kann ich das dann kurz so nach unten bringen, wenn Papa und Basti uns so abholen? Und dann können die auch so essen, ne? Und... Yvonne hat gesagt, dass die hoch kommen sollen. Ja, Basti hat gesagt, er will unsere Hasen sehen. Und dann kann er auch dich sehen. Dann musst du ihn so umarmen. Dann musst du so sagen, ne? Hallo. So, kommt jetzt Essen! Ja! Warte, ich mach dir Pause. Ich weiß nicht, meine Pause...